er denkt wo du halt zerbrechen wolltest ne man konnte das nicht machen aber direkt links davon konnte man auch ne ja es war ja sehr klar lächerlich also guck du musst so sehen du warst halt rechts und 1 links von dir konnte man einfach zerschneiden aber wo du standest halt mit was war denn das für ein scheiß ich glaube sogar wir könnten jetzt reseten oder weil ansicht das hat ja nicht gespeichert wie mache ich das dann einfach spielbänden dann spielen und dann noch mal so laden wahrscheinlich nicht ab 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 man muss dann einladen ja nächstes hat gespeichert ja wir sind noch in dieser inselzelle ja ich habe hier rausgekommen ich kann noch mal ausbrechen ich kann noch mal ausbrechen ich bin irgendwie raus ich spreche jetzt gar nix doch die mauer ist weg ich kann daraus ich hole einfach messer oder toll jetzt ist natürlich nur ein messer da ja kommen ja geil was ist das denn was ist das die mauer ist immer noch kaputt man ist das ein dummes spiel alter ist das einfach dumm ja die hunde kommen ja toll wo bist du überhaupt ich bin mein zelt ich konnte nicht mehr raus wo ich war auch auf dem bett aus was du ja so geht im bett warum geht es nicht voran bist du auch ich muss verbleibende zeit genau aber ohne witz wir brauchen gar nicht mal so viel weil die mauern sind scheinbar hier nicht weg die sind immer noch da also diesen weg kommt es reparieren die auch gar nicht oder doch irgendwann dann guckt da gibt es eine station wenn die das sehen dann reparieren die das glaube ich ich habe keinen bock jetzt hier zu bleiben alter kommen machen meine ausdauer jetzt erstmal hoch weil er gesagt bei ihnen das ist das gesundheit ja toll ich habe jetzt ich muss hier noch eine halbe minute verbringen also freunde das ist weltklasse gemacht wieder mal vom spiel dass das natürlich nicht gegen das was ich genau abschneiden wollte wie kommt man auf sowas dass das einfach nicht funktioniert ich glaube das haben die irgendwie selber nicht gecheckt also extra um die leute zu treffen ja das war aber echt uncool alter als ob ich das wusste wir haben das alles so gut geplant und wird man hier so den müll geworfen wie du es noch so betont weil die melodie so ist guck mal ich kann schon wieder ausbrechen wir machen das jedes mal so und dann habe ich immer ein prozent weniger und dann schaffe ich es trotzdem aber ich habe glaube ich auch alle illegalen gegenstände weg oder mehr habe ich nicht ich habe sogar meine sachen und versteckten fach sogar ich habe sogar meine bettpuppe noch ich habe meine bettpuppe sogar noch geil alter dicker ich habe meine bettpuppe noch na gut dann müssen wir uns einfach nur noch noch mal eine werteruniform machen bewegt dich mal hin jetzt du müsst eine werteruniform machen schnell ich weiß jetzt nicht ob das jetzt noch da ist müssen wir gucken ich habe mein frühstück dann wird es gesehen und dann ja ja lass eine schere holen man muss schnell den pfeile oder so gucken kaufen ich habe geld ich kann mir eine pfeile kaufen dann hol dir eine wenn du kannst und ich nehme mal hier ein messer und noch mit messer eine pfeile 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 warte wo kann man denn hier zerschneiden wollen wir abhauen wollen wir abhauen ok das sehen die tagsüber das versteckt deine sache schnell versteckt deine pfeile schnell das muss man nachts machen ok dann tauen wir nachts ab mit ner pfeile ich habe mal vor das wäre so richtig billig oder wenn wir nachts nur mit ner pfeile abhauen besser licht ich wollte jetzt versuchen tagsüber was zu zerschneiden aber das haben wir gesehen ich habe die pfeile versteckt heck ich habe zwei pfeilen ich kann kartoffeln schälen dann hast du jetzt noch die pfeile ja ja lass abhauen wir nachts abhauen haben die das loch weg keine ahnung nur haben sie nicht die trottel lass mal das nicht so ohne witz dann schaffen was er easy merkt keiner ach so joker nachts im darfst du nicht in das licht gas und wenn das nicht die sieht dann kriegen mal fünf sterne ok ja keine ahnung kann ich das wissen ganz leicht auf dem boden so eine schattierung ich habe mir jetzt einfach beim licht nachts gedacht das ist doch in den und eko herr was schaden repariert ach so jetzt wird es repariert ich habe hinten was gefunden ich habe hinten fast genommen ok ja jetzt wird es wahrscheinlich ne ja ja wohl ach du scheiße jetzt müssen wir es halt einfach nochmal neu machen aber ich glaube es nicht so schwer mal ein alter wann ist denn das vorbei ja wie lange da geht das jetzt alter sollen die sollen die doch keinen großen aufstand machen ich hätte aber auch adrenalin schuss und so mitnehmen können kann ich mal machen hier guck mal ich könnte per schraubenzieher alter ja weißt du was ich versuchen lüftung schaum ich wachs mich jetzt aus wenn ein bulldozer an deinem zimmer kommt versucht man den aufs maul zu holen ich versuche jetzt durch den lüftungsschacht zu gehen ja stimmt wir könnten auch durch lüftung schach eigentlich nach draußen gelangen oder nicht keine ahnung ich versuche jetzt zu dir zu kommen ich bin jetzt im lüftung schacht ich versuche zu dir zu kommen ich komme zu dir komm lass abhauen lass abhauen mach ich komm mach dein schreibtisch schon mal darunter ja kommt komm ich muss auch noch bei allem machen ja auch nicht ob ich tue das lüftungstecker ich wieder drauf aber auch mal so fähig machen also nicht mal so eine lebstoff plus blattpapier glaube ich oder so es ist auch noch mal ich finde es recht mit ja scheiß auf mittagszeit wo kann man das machen da lüftungsdecke macht man was zu zu bälle und für die ich lege ja ich verstehe nix ich verstehe gar kein wort ohne witz was ist das sowas soll das erzählen hast du mich jetzt ja den man braucht so so irgendwelche bälle für lüftungsdecke und die macht man durch rollen klopapier rolle und genau klebstoff und das glaube zahnpasst das glaube ich ja klebstoff ist es da steht aber blau nebel klebstoff ist gelb oder nicht ne blau ach so ok hey was war dann gelb ich mache das ich versuche es mal wenn nicht dann ich hab schon mal bleich mittel einmal ja ich habe pappmaché was wollen wir noch dafür ob man schießt mal ein pappmaché zweimal klappmaché einfach dann macht das klebstoff noch nee ich hab jetzt eine klopapier rolle ich habe eine feile noch müssen uns jetzt wieder aufbauen uns wurde alles weg genommen weil die uns hier alles sehr schwer hier ist das echt nicht schwierig alter wir sollten mal zur arbeitszeit und so gehen wir haben gleich zwei sterne dann kommen die hunde bei zwei stern die wieder zurück also nach fitness noch auf 100 und ich habe schon 100 ok ich habe jetzt einmal gleich mit was habe ich noch eine pfeile und klebeband ich habe mal ich hatte schon etwas willst du dich enthalten fast ich habe den tippen ja erst mal wohl das ist ja eine pfeile gibt immer her dann kann ich wieder eine scherde machen ich habe mehrere ich legte da alles meinen pult bis besser alter in den pult legen durch legte tinten fast da schon mal eine pfeile noch nicht in der scherde kraft mit dem pfeil ich habe noch mehr noch mehr ich kann noch holen aber das ist mal zur duschzeit oder nicht ja warte ich gehe kurz zur duschzeitung dann suche ich meine andere ich kann verjetzt schon ein ding machen ein werter uniform aber das mache ich erst im letzten moment weil man ja angemutzt wird wenn man keine uniform trägt ja du musst für mich noch ich muss noch ein bleichmittel finden also man wird angemutzt wenn man nackt rumläuft oder was ich habe hier ja ja wird man ich habe jetzt noch zwei pfeilen für dich ich weiß nicht ob ich überhaupt ein klebeband noch habe ich glaube eine schere und eine pfeile oder zwei fallen reichen aus oder locker ja ich gebe dir das jetzt mal alles in dem pult ich war nicht mehr so hoch jetzt ja du legst wieder ich hab mich die platz noch zwei stück ich glaube ich hab so viel platz okay doch hab ich ich lege okay ich brauche noch einmal klopapier ich hab klopapier der gemäher kannst du dann einfach oder schon bitte kannst du dann ein gitter machen oder zwei gitter weil wir brauchen ja zwei wahrscheinlich okay ich hab einen schon mal so tut jetzt einfach schon mal hier rein dann festziehen können wir das ja alles später naja stimmt wir müssen dann die mauer noch mal zerstören gell naja also brauchen wir holz brecheisen und klebewand ne 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 wir brauchen handgriff kein holz ich hab einmal holz man kann äh du hast pfeile und alle deine gegeben bitte was willst du okay passen naja du legs halt ich verstehe schon wieder nix gleichmittel hier noch eine pfeile wenn es sich interessiert noch ein schraubenzieher ich hab schon alles mitgenommen willst du eine pfeile ne ne ich hab jetzt einen handgriff gemacht mit einer pfeile und holz ich habe jetzt auch alles ready für eine wetteruniform okay ich auch ich brauche jetzt nur noch klebeband und blecheisen ich guck mal wie viel geld hast du du es gar nichts oder was ich habe 15 klebeband brauchst du und was ist wichtiger ich glaube recht da schau drum naja du legs halt immer noch was los bei dir wir sind alle alle jeder holz brauchst du auch nein ja was haben die denn für die sichtweite ohne witz hallo willkommen bei 1 und 1 hallo wieso kann ich auch nicht ansprechen weil er jemanden verprügelt hallo berühmte ich jetzt mal toll vom werter toll eisenstange was ist das denn er ist eisenstange dasselbe keine ahnung kann man immer ein brecheisen wenn es sich interessiert okay nimmt auch die angemahl einfach mit hast du mich gezeigt nur mal du nix ich legst dir ins pult es ist du hast brecheisen im pult verprügeln die einfach ohne witz aber wir brauchen noch klebeband ja ja kann ich echt schnell holen aber ich brauche geld ich habe nur hast du diese eisenstange mitgenommen nein die kostet geld hast du dachte die hast du gefunden hier ist klebeband für 60 aber ich habe kein geld ich muss mal wieder missionen machen naja ich weiß für 60 ich weiß es würde ich auch holen mission ich soll den keks an hakku überliefern der sakku alter akku ja ok ich krieg jetzt langsam ich krieg jetzt easy schnell geld ich habe geld so wo ist der typ mit ich habe jetzt klebeband ich tue es dir rein fuck ich kann es nicht rein tun ok gebe ich dir morgen wenn ich mal wieder gleich mal gleich mal wieder kümmer ja easy eigentlich jetzt können wir es eigentlich so nächsten tag schon machen oder nicht mal wieder realistisch aus und du leckst halt ja ja ok also eine lüftung schacht das wollen wir ja gar nicht oder das komplett unnötig so ich leg's jetzt einfach rein ich reconnecte mal discord ok von mir aus so bei dir ist jetzt eine klebeband rolle drin bei dir ist eine klebeband rolle drin hallo ich schreibe ich in den schweiß chat schreibe ich in den chat alter hallo ja klebeband ist in deinem spinnt oder pult ok ja so ok leg ich eigentlich noch grad nö gar nicht so äh was wollten wir jetzt machen dann können wir eigentlich jetzt eigentlich schnell nö so ich hab jetzt eine spitzhacke eine scherde und eine pfeile können wir haben alles oder? dann haben wir alles kann man mit takke eine kraft bitte so jetzt das nächste wieder toll warte kann man mit einer spitzhacke die komplette Mauer zerstören ja locker denk schon äh so ich schon mal ding machen was werteuniform weil das ding dann mach ich schon gemacht hab ich schon gemacht und wie läufst du jetzt herum so gar nicht einfach so oder was aber kann die doch locker irgendwie so ein fährter uniform abziehen gesagt so und dann konnte ich gerade nix abziehen und so locker irgendwo kleidung abziehen bestimmt irgendwo der wäscherei oder so wo ist denn die wäscherei gibt sie noch eine wäscherei ich habe das einfach nur so gesagt weil es zentraux ist ich guck mal ob ich irgendwie noch so keine ahnung stimmt mit dem schraubenzier kann man ja noch die mauer zerstören und ich habe einen schraubenzier ja dann passt locker hast du mich gerade verstanden es ist bald oktober dann habe ich endlich meine 200k dann wechseln wir anbieter ich habe 400k inzwischen jetzt naja war dabei ist das ein mit strom und warum ist das hier ja prügelt weil du eben ich gebe euch ein tipp geht alle nicht zu 1 und 1 wir sind gute anbieter er hat auch hier stunden drauf bei denen nicht bei den zäulen bei den zäulen net bei den zäulen ja das ist in ihr gehege ja wo am besten abhauen hier ist schon belichtet ja wieder durch die küche oder nicht naja das ist keine belichtung ich meine du kennst doch diese lichter die immer von a nach b gehen die meine ich da bist du drauf getreten die immer so rum gucken wie diese lichter meine ich wusste nicht mal dass es solche drosen gibt und allgemein weil ich darauf gehabt kann man noch woanders ausbrechen außer in der küche könnte man woanders noch rein oder gibt es nur die küche ich glaube die küche ist am sinnvollsten wir wissen ich bin einfach wieder zurück kann man hier irgendwie die küche ist echt am sinnvollsten müssen wir halt dann doch mal machen und wir müssen halt dann in der stelle gehen wo man abbauen kann stimmt ich nehme mal eine gabel und guck mal wo man abbauen kann ich warte mal wenn ich verprügelt werde krieg ich dann neues outfit ich mach das ich guck mal wo man alles die zäule abbauen kann so noch sehr weiter ich will erstmal die zäune abbauen kann so kann ich hier abbauen ja da hier reparierte was habe ich gemacht ich habe gar nichts abgebaut okay in diesem bereich kann man alles abbauen okay wir baut es dann ich habe eine idee du hast einfach die mauer kaputt und ich mache dann den sound okay dann musst du mir die schaufel die spitze gegeben ja da gibt ja ich hatte gerade voll den leck test test ich will nicht mit dir alle 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 dankeschön dankeschön fürs geld ihr wichser so so so